Es ist ein immer wiederkehrender Albtraum, die Entführung ihrer Kinder durch Hamas-Terroristen. Renana Gome ist die Mutter zweier Kinder, die am 7. Oktober während des Terrorangriffs der Hamas als Geiseln verschleppt wurden. Um ihr Trauma zu verarbeiten, hat sie den Moment der Entführung ihrer Söhne Yagil Jakob und Or Jakob in einen Animationsfilm verwandelt, eingesprochen von ihr selbst. Die 12 und 16 waren allein in mein Haus, sleeping. Ich bin in die Saferung. Even though mein Kind war schwer zu halten, die Tür zu der Saferung war geschlossen. Last ich hörte, war mein Junge zu sagen, »Dont mich, ich bin zu jung.« Am Ende der Animation ist Gome wieder mit ihren Kindern vereint. Ein Ende, auf das sie zum jetzigen Zeitpunkt nur hoffen kann. Als zwei von den Frauen, die von Maiky-Bootz ausgetauscht wurden, haben wir Informationen, die nicht beobachtet wurde, dass sie uns hörten oder denken, dass sie den Jungen hören. Und ich hoffe, es ist wahr. Auf die Frage, wie sie zur Ausweitung der Operation der israelischen Armee im Gazastreifen stehe, sagte sie, dass ihre Kinder nach Hause gebracht werden sollten. Nach israelischen Angaben sollen sich 239 Menschen als Geiseln in den Händen der Hamas befinden. Unter ihnen auch um die 30 Kinder und Jugendliche. Gome ist sich sicher, jeder, der diesen Film sieht, kann sich seine eigenen Kinder vorstellen. Allein in diesem Albtraum.